Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater und ich habe natürlich keine Glaskugel vor mir stehen. Bevor ich zum AMC-Video komme, ein, zwei Sachen, die ich kurz ansprechen möchte. Und zwar, ich habe nun eine Webseite unten in der Videobeschreibung verlinkt und meine Admins, die wirklich super sind, haben jetzt einen Discord-Server aufgesetzt und wir möchten ja immer mehr zu Discord rüber wechseln von Telegram. Warum? Einfach aus dem Grund, weil wir bei Discord durch den eigenen Server wirklich von AMC eigene Untergruppen machen können. Zum Beispiel, ja der Hauptkanal von AMC ist das gleiche wie aktuell bei Telegram, aber dann noch, ja, aktuelle, ja, Unterhaltungen für die, die zum Beispiel Chart-Analyse mögen oder englischsprachiger Chat oder was weiß ich was. Also wir wollen das wirklich kategorisieren, damit die Qualität wirklich um einiges besser wird. Und wer da gerne dabei sein möchte, ist natürlich jetzt noch im Aufbau, aber der eine oder andere ist bereits dabei. Gerne auch unten in der Videobeschreibung hier einmal dem Discord-Server beitreten. Ich würde mich riesig freuen. Meine Admins machen wirklich hervorragende Arbeit und stecken wirklich viel Zeit hier rein. Ja, ansonsten gibt es nicht so viel Neues am Wochenende. Eine kleine Prognose für nächste Woche, dann ein, zwei News noch. Und ja, dann legen wir einmal direkt los. Und zwar, ich möchte ein, zwei Sachen mal für die Allgemeinheit sagen. Ich habe in den letzten zwei Tagen vermehrt Kommentare bekommen unter meinen YouTube-Videos. Ich würde, ich habe jetzt verkauft. Ich werde jetzt verkaufen. Alle, die nicht verkaufen, sind, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist alles vorbei. Es kommt niemals zum Squeeze und so weiter und so weiter. Und bei den ersten fünf Kommentaren habe ich mir gedacht, okay, dann ist das so. Aber ich habe allein am Freitag knapp 80 Nachrichten unter einem Video gehabt mit Verkaufen. Und die waren wirklich im perfekten Deutsch. Aber es sind wieder Bots unterwegs. Das kann ich euch wirklich sagen. Denn in der Regel sind es so ein, zwei Leute am Tag, die schreiben, alles blöd, ich verkaufe. Und 80 auf einmal ist schon wirklich heftig. Vor allem in einer Zeitspanne von drei, vier, fünf Stunden. Ich habe die Kommentare gelöscht. Einfach aus dem Grund, nicht weil die vielleicht doch echt sein könnten, sondern einfach aus dem Grund, weil man wirklich erkennen konnte, dass es Bots sind. Und ja, lasst euch da nicht drauf reinfallen. Wie gesagt, ich habe bei mir alle gelöscht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen YouTubern ist, ob sie da auch hinterher sind. Und natürlich diese komischen Bitcoin Nachrichten, die da unter den Videokommentaren sind. Also ich versuche die immer sofort zu löschen. Manchmal komme ich da nicht hinterher. Aber ich denke mal, der ein oder andere wird da auf jeden Fall das schon mitbekommen, dass das einfach nur irgendein Spam ist. Und dann muss ich wohl leider, leider, leider auf diesen Artikel hier zurückkommen. Denn ich hatte gesagt, 81,95% hält Citadel an Funware. Dann wurde ich in einer anderen Telegram-Gruppe von einem anderen YouTuber als was weiß ich was bezeichnet. Also ich finde es einfach nur lustig, denn anscheinend haben andere nichts Besseres zu tun, als hier irgendwas zu schreiben. Ich weiß auch nicht, ob es Neiders sind, weil sie nur ein paar Abonnenten haben. Keine Ahnung. Ja, am Schluss ist es aber völlig egal. Ich will hier auch nicht schlecht reden. Es ist gut, dass man mich auf Fehler hinweist. Ich habe es nur durch Umwege erfahren. Man wollte wohl mich nicht selber darauf hinweisen. Und es geht hier im Prinzip darum, und jetzt haltet euch fest, ich hatte gesagt, 81,95% hält Citadel an Funware. Stimmt aber nicht, sondern sie haben die Position um 81,95% erhöht. Und da musste ich wirklich ein bisschen anfangen zu lachen. Ich war in diesem Moment in einem Sprachchat mit meinen Admins, als das so langsam rausgekommen ist. Und das ist schon echt lustig, was da dann so los ist, weil, jetzt überlegt mal, ich sage, die halten 81 oder sagen wir mal 82% und in Wirklichkeit ist, die haben es erhöht. Also völlig egal. Man sollte auch den kompletten Zusammenhang dann hier auch erwähnen und nicht auf einzelne Wörter, weil wenn ich das mal machen würde bei anderen, ja, dann komme ich wahrscheinlich gar nicht mehr hinterher mit dem Kommentaren schreiben oder, oder, oder. Es geht hier im Prinzip darum, man soll hier nicht auf irgendwelche Pump and Dump Aktionen reinfallen. Wie gesagt, ganz viele haben hier jetzt schon wieder Geld verloren. Und das Allerschlimmste finde ich, dass es hier wirklich noch andere YouTuber gibt, die dies weiterhin empfehlen. Also ich bin gespannt. Ich lasse mich immer gerne vom Besseren belehren, aber ich bin gespannt, wie die YouTuber, die diese Aktie hier weiterhin empfehlen, dastehen werden, wenn die Zuschauer hier wirklich massenweise an Geld liegen lassen. Grüße gehen raus an Aktien-News. Ich hoffe, du hörst das Video. Wenn nicht, schreibt mal einer ihm, dass ich ihn erwähnt habe. Er hat es auch nochmal klar und deutlich hier angesprochen. Man soll nicht drauf reinfallen. Man soll hier nicht irgendwie bei 100% plus einsteigen. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu groß, dass hier was passiert und es in die andere Richtung geht. Ich kann es nur nochmal empfehlen. Und Leute, die, oder beziehungsweise YouTuber, die hier solche Aktien empfehlen, ganz ehrlich, ja, ich würde es de-abonnieren. Naja, was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, denn dann kamen so Kommentare, AMC ist auch Pump and Dump. Also, Leute, wer behauptet, dass AMC Pump and Dump ist, ich weiß nicht mehr, wie ihm zu helfen ist. Ihr seht hier, was wir für eine starke Performance hier dargelegt haben. Und auch, wenn es hoch und runter geht, wir sind mittlerweile, oder wir halten uns wirklich sehr stark über 36 Dollar. Und dafür finde ich, ist das wirklich eine starke Performance. Also, auch hier vorne, ihr seht es, ich bin irgendwie im Januar eingestiegen. Klar, haben wir hier einen extremen Anstieg erlebt. Klar, sind einige hier oben eingestiegen und sind jetzt im roten Bereich. Aber wenn jemand behauptet, AMC wäre Pump and Dump, der hat von gar nichts Ahnung. Denn mittlerweile sollte jeder wissen, dass es nicht so ist, sondern die ganzen komischen gehypten Aktien hier, die wirklich klar und deutlich Pump and Dump sind, um Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das, egal in welcher Form man diese Nachricht jetzt hier interpretiert, es ist Hedgefonds-Arbeit. Die wollen, dass wir unser Geld verlieren. Die wollen, dass sie Geld verdienen. Und wenn wir in sowas investieren wie hier, unterstützen wir nur die Hedgefonds. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es jeder verstanden hat. Und ich werde auch nicht mehr auf dieses Thema eingehen, auch nicht mehr auf andere YouTuber. Es ist mir einfach zu egal mittlerweile. Ich wollte es nur noch mal ansprechen. Ja. Dann, was gibt es noch? Die Petition. Noch 201 Leute brauchen wir, die hier diese Petition unterschreiben. Ich denke mal, das wird jetzt wohl nicht so schwierig sein. Dann haben wir die 50.000 endlich erreicht. Das Ziel erreicht. Die beste Petition oder die meistgezeichnete Petition überhaupt dort. Und das ist wirklich das, was wir sehen wollen. Klar, wenn man die Masse anguckt, bei Reddit 500.000 Mitglieder, hier so und so viele Tausend Mitglieder, dann hätte ich wirklich auch persönlich gedacht, dass man 50.000 Stück selber schneller schafft. Aber ganz ehrlich, mittlerweile sage ich auch, egal ob es jetzt 100.000 sind oder nur 50.000, Hauptsache wir erreichen die 50.000. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir das auf jeden Fall noch schaffen werden. Und dann gab es ja viele Kommentare, fand ich auch sehr merkwürdig und belustigend eigentlich. von einigen, ach, wer geht denn heutzutage noch ins Kino? Und ihr könnt gerne mal selber bei Reddit gucken, wie voll die Parkplätze sind, wie voll hier Schlange gestanden wird, um ins Kino zu gehen. Auch ein anderer Ape aus meiner Telegram-Gruppe hat Fotos von UCI in Deutschland geschickt. Ich weiß gar nicht, aus welcher Stadt. Da standen die auch bis draußen auf irgendeinem Vorplatzschlange. Also das soll mal keiner erzählen, dass hier Kino irgendwie out ist. Ich persönlich sage auch von mir aus, dass Kinos werden auch in 10, 15, 20 Jahren noch existieren. Denn jeder von euch, der, ja ich sag mal, ein bisschen älter ist, so wie ich, 33, in Anführungsstrichen älter, und nicht mit Netflix oder Amazon oder so aufgewachsen ist, der weiß das Feeling im Kino. Ich kann mich wirklich dran erinnern, Dates gehabt im Kino, die Hand von einer Nachbarin gestreichelt. Ihr wisst schon ganz genau, auf was ich hinaus möchte. Nein, Spaß auf Seite. Kinos sind Kinos. Das ist einfach so. Und die werden einfach nicht so schnell aussterben. Bin ich fest davon überzeugt. Und auch hier der Punkt, wenn jemand behauptet, dass das, ja, out ist mittlerweile. Ja, ich weiß nicht, was er für Freizeithobbys hat oder für Hobbys allgemein oder, weiß nicht, äh, keinen Plan hat. Kann ich nicht sagen, aber man sieht es wirklich. Anumas, viele Leute gehen weiterhin ins Kino. und dann der liebe Freund und ich hoffe, ich spreche es diesmal richtig aus, liebe Apes, Tofik, fast Lula, ähm, hat hier mal wieder ein Bild gepostet für alle, die die Chartanalyse mögen und er sagt, dass jetzt im November ein weiterer Squeeze kommen soll, ungefähr auf 278 Dollar. Hier im Januar wäre einer gewesen, im Juni wäre einer gewesen und im November soll es der nächste erfolgen. Ich bin gespannt, ähm, ob hier was passiert. Ihr kennt ja meine Meinung über, über solche Bilder, aber natürlich für die Motivation absolut klasse. Und nächste Woche, wie geht es weiter? Ich glaube, wir sehen erstmal wieder rote Zahlen, gar keine Frage. Ähm, da bin ich mir wirklich sicher, denn die Hedgefonds, die erreichen gerade, wenn man das so überliest, genau das, was sie wollen. Schlechte Stimmung, andere Aktien wieder absolut gehypt, der Stress untereinander, also zwischen GameStop und AMC, dann sogar, und das, was ich am Anfang des Videos angesprochen habe, unter Apes in Deutschland sogar, äh, unter YouTubern vielleicht sogar, finde ich schade, denn am Schluss des Tages wollen wir eigentlich alle nur eins, wir wollen, ähm, ja, Geld verdienen, wir wollen hier, dass die Manipulation aufgedeckt wird, und dass man sich dann Gedanken drüber machen muss, weil ich den nicht mag, oder weil ich den nicht mag, weiß ich nicht, finde ich unangemessen, ähm, aber einige haben wohl halt keine anderen Hobbys. Ich möchte nur damit sagen, ich glaube wirklich, dass nächste Woche sehen wir erstmal rote Zahlen, und solange hier andere Leute immer noch in diese gehypten Pump-and-Dump-Aktien investieren, sind sie selber schuld, sollen nicht rumheulen, und sollen hier vor allem dann auch nicht irgendwie, ähm, ja, rummeckern, weil sie Geld verloren haben, denn das, was ich bei einigen gelesen habe, sie haben viel Geld verloren, oder sie haben Geld verloren, der eine mehr, der andere weniger, und, ja, das gleiche ist, sie wollen uns natürlich weiter drücken, dass noch schlechtere Laune verbreitet wird, aber ich glaube persönlich nicht, dass wir irgendwie uns im Bereich von 30 Dollar, 32 Dollar jemals wieder befinden werden, denn der aktuelle Kurs, sag ich persönlich, und das habe ich heute auch in dem Gespräch mit meinen Admins gesagt, dass ich stark davon ausgehe, dass der aktuelle Kurs ungefähr der fundamentale Wert von AMC da liegt. Das ist meine persönliche Meinung, ich kann es nicht oft genug sagen, aber dementsprechend, ihr könnt ja auch eine andere Meinung haben. Und dann natürlich nochmal, guckt unten in der Videobeschreibung auf meine Webseite, guckt auf meinen Discord-Channel, bin wirklich gespannt, wie das angenommen wird, und dann hoffe ich, dass es morgen oder die Woche ein bisschen bessere Stimmung ist und in diesem Sinne euch einen wunderschönen Sonntagabend und wir hören uns mit Sicherheit morgen wieder. Ja. Ja.